Musik Yo, Motorrad, ich versuch zu meditieren, den Mixer! Ich dachte, du wärst du, wenn du das gebraucht hast. Das ist nicht mal so hoch. So, du willst zum Liebe haben, ne? Ich hab dich ganz doll lieb. Ich mag dich so, wie du bist. Du bist ein toller Freund. Es macht immer sehr viel Spaß, mit dir zu spielen. Auch wenn ich grad nicht auf der Höhe bin und mein Hirn nicht funktioniert, wie man vielleicht merkt. Hirn.exe not found. Aber du weißt ja, dass ich dich als Person sehr schätze. Und generell alles, was du machst und tust, auch für andere, nicht nur für mich sehr. Und es ist selten so einen schönen Menschen auf der Welt zu finden. Deswegen, dankeschön, dass ich deine Freundin sein darf. Das wird sich auch ganz gut auf meinem Kopf machen. Lalalalala. Ich gehör auf dich mit hohen. Lalalalala. Respektvolly. Respektvolly. Nice ass. Tief? Tief? Chat? 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 Hm? Wollt ihr's tief? Wollt ihr's tief? Hm? Ja tief? Noch tiefer? Ganz tief? Noch tiefer? Noch tiefer? Ja. Ich kann... Marco? Hättest du mich nicht warten können? Marco? Hättest du mich nicht warten können? Marco? Hä? Hä? Ja? Hallo? Ich bin Marco. Ich bin... Ich war nie auf einer 3D... Also ich war nie in einer Uni oder so. Oder habt ihr das gelernt? Ich hab mir das alles über YouTube Tutorials beigebracht. Manchmal sag ich ganz wilde Dinger zu manchen Dingen. Und das ist einfach... Der Tittybone war einfach nicht weich genug. Streams und ich so... Ey, Leute, ihr kommt dann einfach zu meinem Stand so... Hey, hey, Marco. Hast du... Hast du den... Hast du den guten Stuff unter der Theke? Ähm... So war ich schon... Der gute Stuff. Und ich dann so... Okay. Und dann... Und dann gucken wir so beide verdächtig nach links und rechts so... Da ist keine Dokomi-Police. Hier ist keine Dokomi-Police. Und dann gebe ich euch in Lichtgeschwindigkeit mein Unterwäschen-Foto. Mhm. Japp, japp. Yeah, das wird fantastisch. Ich freu mich drauf. Ich beiß da... Ich beiß da einfach so rein. Oh! Guck! Einfach weg. Abgebissen. Nein. Schaut, wo kann ich ein Stück auf... Er hasse alles. Haha! Der Schleim! Hey, der passt ja richtig gut auf mich. Saftiger Schleim. Ich bin willig und... Was? Nein! Nein! Nein, 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 nein. Das mach mal mit Liebe, Yakahido. Genau. Meinst du etwa so? Okay, das sieht nicht aus wie ein Herz. Aber ich... Ich hab mir Mühe gegeben, okay? Warte mal, ich probier's nochmal. Das Herz muss größer! Mit Liebe, hä? Ja! Ja! Scheiße, Alter! Meine scheiße Brille, Alter! Ja! Was ist das für ein Scheiß? Ja, Brille. Und tschüss, Brille! Und tschüss! Alter! Vielleicht bin ich allergisch auf Gurken? Ich hab keine Ahnung. Oh, zwei Brüste! 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 Oh, zwei Brüste! Oh, zwei Brüste! Oh, Mann! Also wenn die jetzt wirklich süß aussieht, dann will ich die nicht hauen. Weil die süßen Spinnen sind echt mega gut. Nächste Woche? Du und ich? Hier? Im Just Chatting Stream? Ne? Wusstet ihr, dass das Gras grün ist, weil dem übel ist meistens? Weil die essen halt nur Dreck. Also die Grashalm-Typen. Zu Regenwasser, das durch Dreck gegangen ist. Deswegen ist denen übel und deswegen sind die grün. Und wenn die zu wenig Wasser kriegen, also nicht den ganzen Schlotter da trinken müssen, werden die ja braun. Das heißt, denen geht's eigentlich besser, weil die von der Sonne dann gebräunt werden. Wissen viele nicht, also wir behandeln Gras falsch. Rettet das Gras, Chat. Die Grashalm-Typen? Ja, so kann man die auch nennen, ja. Du, kannst du da hochgehen und mich hochziehen, weil irgendwie guckt dir das mal an. Oh mein Gott, was passiert mit dem Seil? Mick? Oh, oh, Alter. Was hast du gemacht? Ich kann nicht mehr springen. Mick? Was? Oh. Also ich bin... Nanuko. Nanuko. Na... Nanuko. Nanuko. Warte. Ich hatte das schon mal... Ich muss erstmal auf meinen Ausweis gucken. Nanuko Naryuze. Naryuze bin ich. Funk. Böse. 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 Sushi mache ich aus dir. Sushi. 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 Oh, es ist rot. Entschuldigung. Ne, es tut mir gar nicht leid. Aus dir mache ich auch Sushi, Sashimi. Entschuldigung. Ach, eigentlich tut es mir schon leid. Aber ihr habt an... Oh, du lebst noch. Aber ihr habt angefangen. Angefangen. Ihr habt... Schaut mal, ich habe nur noch 35 Leben. Das ist voll unfair. Mist. Was? Was? Was sagt uns das? Nicht dorthin gehen. Oh Gott. Mein Herz. Mein armes Herz. Mein armes Herz. Mein armes Herz. Womit ich persönlich absolut kein Problem habe. Ich finde sowieso, dass Unisex Toiletten überfällig sind in Deutschland. Mein Gott. Excuse me. Wir haben 2023. Nein! 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 Oh, nein! Nein! Oh, nein! Meine Frau ist wieder tot. Oder Smaragde? Smaragde? Smaragd zu bekommen? Was? Smaragde? Smaragd. Ich stecke ihn eben überall rein. Ist eins meiner ewigen Laster. Aber ohne euch zwei hätte es sich ausgeschnüffelt. Was steckt denn überall rein? Danke. Wirklich. Ich glaube, so als Mann kann man das gar nicht bringen, oder? Ich stecke das überall gern rein, oder so? Kommt ziemlich falsch rüber. Vielleicht muss ich das wieder rausziehen. Okay! Okay! Junge. Und wie du wieder aussiehst. Löcher in der Hose. Und scheiße, oh nein. Ich habe gesagt, du sollst in die Ecke. Geh in deine verdammte Ecke da unten. Da ist deine Ecke. Wieder hin. Geh in deine verdammte Ecke! Geh in deine. Geh in deine Katze! Reagiert sie? Reagiert deine Katze? Guckt sie jetzt zum Bildschirm? Sie hat sich in mein Gesicht gelegt. Ich bin eine eigenständige Frau. Ich spinne! Ich spinne! Ich bin keine eigenständige Frau. Iiii! Iiii! Krabbelviecher! Iiii! 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 Ist das älteste Haus? Let it go! 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 Wir machen gerade schon ein Dreier. Äh, ein Dreier! Sie machen ja auch ein Daily Basis, Junge! Ich brauche einen Schokoriegel! Wir sind fast durch! Boah, ich war richtig böse. Hättet ihr mich jetzt getötet, ne? Ich war richtig böse geworden. Jetzt bin ich in eine Eiche! Nö! Oh! 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 Ich bin gekommen! Lol! Ich bin drin! Aua! Ich hab's rein gefahren! Was war das denn einfach? Ich bin oben drüber gerollt! Ihr habt ja gute Zeit! Sag das nicht bei Fausten! Das genießt ihr gerade zu sehr hier! Das gefällt mir nicht! So direkt nächster Start hier! Der muss jetzt Popo-Klatsche kriegen dafür! Könnt ihr beide euch aber dann ein Zimmer nehmen? Das muss ich mir nicht anziehen! Nasti, du schaust zu! Tuch, tuch! Was? Du hältst die Kamera auf! Oh! Ich würde da sehr gerne mitmachen! Ey, hast du welche... Okay, du hast mir... Okay, wenn du Airship genommen hättest, du hättest dich gerade selber kaputt gemacht im Bett, ne? Was? Wieso? Oh, Mami ist hier! Oh, Mami will ein bisschen Blut! Aber ein komischer Paarumsschrein! Warte, mein Paarumsschrein geht so! Es wurde einmal weggekratzt! Ja, der von Discord abgeschnitten wurde! Was? Oh nein! Nicht Simon, das mache ich jetzt nicht! Was ist denn? Wo kommt Sölder auf einmal her? Ach, ach! Das sieht gut aus! Was? 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 Was hast du davon? Was hast du davon? Wenn man aus der Toilette trinkt! Was mit dir? Ich meine, wir sind hier in der Apokalypse! Zombies oder so! Aber was Verhältnisse haben wir, wenn du aus der Toilette trinkst? Ich zappel wie so ein Lachs umher! Seht ihr das nicht? Ich bin ein Lachs! Ich bin ein freier Lachs! Da geht's runter! Ich mach mal einen weiten Sprung! Soll ich das überhaupt? Gibt's hier? Ach guck mal! Hier hinter uns ist der Kantenmaler zugang gewesen! Ich bin natürlich auch da lang! Ach nee! Aber wir sollen glaube ich hier lang! Aber vielleicht... Oh! Hä? Hä? Warte mal! Ich bin runtergesprungen und dann wieder hochgeklettert? Ich bin verwirrt! Das hab ich irgendwie verpasst! Oh wow! Ich bin dumm! Lasst nicht drüber reden Chat, was hier gerade passiert ist! Ich bin so hier runter, hab den Chat gelesen, hab vergessen, dass ich von da gekommen bin und bin hier wieder hochgegangen! Gut! Haben wir das auch mal gemacht! Wie komm ich da hin? Ist die Frage... Bitte, Lara! Bitte balanciert einfach drüber, okay? So, jetzt müssen wir da hin! Halt dich bitte! Nein! Du Arsch! Ich hasse dich! Und ich treffe dich auch nicht! Ich habe Hunger auf meinen RIP! Und das schon seit einer Stunde! Süß! Leider... Ich kenne es hier nicht! Es... Wait! Ich... Heidi? Du hast diese... Wait! Nein! Expose mich hier nicht! Ich wusste das nicht! Dass du... Ich wäre doch imثal! Gời! Wir sind das! Es geht sch weakened einfach aus! Wer respiratory seine Idee geht. Ich bin keiner! Es geht schon. Jetzt geht's mir rein! Was? Also dick und rund bin ich Tief und weit ist meine Groß und stark Ist mein Penis Und lang und breit auch Wortreich und somit sehr ausführlich Erklärt man etwas Lang und breit, oder? Nee, doof? Nee, Moment Ich bin beides Doof und doof Ich fühle es, doof hoch zwei Doof mal drei Eine Asche ist cheap Oh, ich bin so billig Billig und willig auch? Also bist du willig auch, oder? Billig und willig, ja, für Geld bin ich immer willig Auch für mich gratis? Ich gebe dir zehn Cent Ach so Ah, ach so Ah Wir reden auf der Dokumnie Gut Oh ja, wir reden Ja, wir reden Wir reden dann mal In der Ecke Leute, ich fass es nicht, dass niemand gesagt hat Was hat denn Was hat denn Tippi gegen eine Gmail-Mail? Die mögen keinen G-Punkt Das sind Männer Das ist von Männern die Seite Die finden den einfach nicht Nee Grausam Wer kennt's? Elia findet ihn auch nicht Deswegen ist er zu ihr Elia findet gar nicht Genau Vielen Dank fürs Folgen Warum findet Elia den G-Punkt nicht? Weil er ein Eichhörnchen ist Eichhörnchen in der Hose Der findet nicht mehr seine Nüsse, wenn er die vergräbt Wie soll er denn einen G-Punkt finden? Wo ist meine Karaoke? Hier, ich hab sie gefunden Wir fangen an zu singen Was hat Nappi getan? Wiederhol mal, Juni Was hab ich getan? Ich schalte dich gleich stumm Mano Ist das frei? Wait Es ist over Nein Was war denn das? Ich möchte bitte ein Instant-Reflay Was ist gerade passiert? Wie? Wie hast du das geschafft, Kara? Wie sind so viele gestorben? Oh mein Gott So, schau mal, was wir alles haben PC Check Mikrofon Check Kameras Check Spezi Check Spinnenfässer Check Sieht gut aus Und hier sind die neuen Perücken Die sind echt knuffig geworden Sehr gut, dann würde ich jetzt starten Und dann kann's losgehen Warte, lass uns zusammendrücken Okay Okay Eins dua Drei 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 Ah 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 Oh Ah when Ah Ah What is the burdens? oh mein Gott Juni hallo Juni Baby I'm sorry oh mein Gott hallo Baby danke dass du vorbeischaust du sollst doch Urlaub machen Mensch ich glaub's nicht nein das war nicht extra Mann manchmal denke ich mir hä ich wusste gar nicht dass diese Geräusche aus meinem Mund kommen können ich beleidige nicht nur seine Mutter denn wenn ich seine Mutter beleidige dann beleidige ich nicht nur Maxima ihn sondern auch seine Mutter das ist ein sehr gutes Zitat was? es wollen scheinbar einige Leute einen Ständer es ist ein bisschen teuer muss ich sagen hi Tag Tag wo hast du deinen Ständer oh Gott Pappaufsteller Pappaufsteller ja natürlich war wieder klar so Leute jetzt müssen wir den Hive Train Song singen und mitdance ich danke ihnen Gott ich kotze oh nein scheiße Mac no es tut mir so leid es tut mir so leid oh Gott das ist so ein Timing oh Gott was für ein Timing Aro kann richtig realistisch okay der ist gut der ist gut wenigstens ist sie heute nicht so rollig wie sonst ich hoffe du bist stubenrein also ich finde Katzensprache recht einfach Gute Nacht Leute habt noch einen schönen Abend mit unserer Olli genüße so ich geh schlafen ich stehe gute Nacht euch allen Aro love you Hase du hast einen am Sender Gute Nacht mein Schatz was macht sie ran hat der Professor heiraten no ew nein du kannst ihm doch jetzt nicht ein Sub schenken wenn er so so einen Müll redet aber trotzdem danke schön Dagnis vielen vielen lieben Dank das ist der erste Sticker oh das nein das war oh Lully Jumpscare das durftet ihr noch nicht sehen hier ist so ein Ball und dann habe ich da drauf gedrückt und dann irgendwas mit Pfeiltasten und dann holy shit man kann im Browser Katamari spielen das ist so cool ich liebe es ich es ist so cool I love this so much das ist so süß wer auch immer das bei Google gemacht hat ich liebe dich es ist so toll man kann einfach alles aufrollen heute habe ich den Tag in Whitespace verbracht alles war okay heute habe ich den Tag in Whitespace verbracht alles war okay heute habe ich den Tag in Whitespace verbracht alles war okay heute habe ich den Tag in Whitespace verbracht alles war okay heute habe ich den Tag in Whitespace verbracht ah nein heute habe ich meine Freunde besucht alles war okay heute habe ich den Tag in Whitespace verbracht alles war okay heute habe ich meine Freunde besucht alles war okay hör auf zu schubsen ganz recht hier du hattest du halten dein zug die aus meinem weg ja jetzt nicht mehr zu tun nicht wahr ich wollte mir aus dass das wollte ich nur ein tag gemacht nichts was wir zu machen ja ja oh ich bin sehr stolz auf mich habt ihr gesehen wie ich dass der hat gebetet habt ihr gesehen wie ich das denn was gebetet hat uja Kann ich dir helfen? Ja. Mach schnell. Geht die auch hin. Da ist noch eine Scheiße. Mein Gott. Lauf. I'm running. Da ist bestimmt noch irgendwo eine. Ich lauf einfach. Ich bin seit hier. I am Trappy. Er geht wieder zurück, er geht wieder zurück. Ja, das ist okay. Ich bin ja... Ich häng' alleine. Die Argumente, ne? Ihr versteht ihr, was ich meine, wenn ich sage, jeder Arte sieht meine Badunkas wie einander aus. Ich finde es so geil. I love it. Ähm... Also, Argumente sind da, Leute, ne? Und ich glaube, ich könnte euch wirklich die Bilder damit wegschlagen. Aber hier fängt die Tasse an. Das sind... Beine? Schöne Beine? Okay. Ein gutes Wort hier. Ähm... Ohlala. Ja. Ähm... Ist Sanji da? Ja. Er ist da. Ja. Oh, Junimas! Äh... Ja, Sanji? Hast du Hunger? Mhm. Ich hab dir ein Cocktail gemacht. Nein, danke. Ich hab Tee. Ich hab dir ein Cocktail gemacht. Hey! Halt die Klappe, du Schlitzelklopfer! Ich will hier alles aufreißen. Oh! Hahaha! Hahaha! Verständlich! Was weiß, was hier drin ist! Ja, ja! Kann ich nicht anders sein! Ich! Geht mir ähnlich! Können wir mich auch aufreißen! Hahaha! 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 Hallo! Ähm... Wir sind...